Johoho, ach du heilige Scheiße. Junge, gerade erst mal auf ganz entspannt 5 Stunden Zugfahrt hinter mir und ich musste nach dem Einsteigen vom ersten Zug schon so gottlos scheißen und ich hab's bis jetzt noch nicht hinbekommen, aber ich dachte mir, ich schieb einfach mal dieses beschissene Infovideo dazu, dazwischen, wie auch immer, damit wir jetzt ready sind und ich besonders viel Druck habe beim Performen, okay? Jungs und Mädels, mein Name ist Mitashi12, ihr kennt mich wahrscheinlich noch nicht, weil ansonsten würde ich euch nicht auf dieses beschissene Video trauen, aber ich bin normalerweise dafür bekannt, dass ich WoW-Videos mache, beziehungsweise WoW-Streams und ich hab das erste Mal, ja, eine Event-Idee, einen Plan von mir geäußert und ich habe so viel Andrang von irgendwelchen Random-Streamern, Zuschauern, Sponsoren, Clans, keine Ahnung, bekommen wie noch nie zuvor. Kein Schwanz juckt WoW, einmal erzählst du irgendwas von Counter-Strike, alle wollen lutschen. Ach du Scheiße, und ich hab Bock, ich hab genug für alle. Und ich dachte mir, bevor wir in irgendwas rein starten, um dem Hype vielleicht noch ein bisschen mehr Luftschwung zu geben in die Flügel oder was auch immer, hau ich euch hier ein beschissenes Infovideo hin mit allen Informationen aus meiner Sicht über das Event und ich würde euch von vornherein schon mal darum bitten, haut, falls ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Vorschläge habt oder so, alles in die Kommentare, ob ihr dabei sein wollt, ob ihr die Idee cool findet, ob ihr das anders machen würdet, wie auch immer. Ich brauche jegliches Feedback zu der Sache. Ich würde sagen, wir fangen eigentlich mal ganz spontan dazu an. Ich spiele CSGO seit knapp 10, 12 Jahren. Ich war mal relativ hoch, aber zu den Zeiten hatte ich noch eine Maus von Ikea, die aussieht wie ein beschissenes Auto. Ihr könnt euch also vorstellen, da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, ja. Aber mittlerweile jetzt mit dem CS2-Hype und dem ganzen Drum und Dran, jeder in meinem Freundeskreis, jeder auf Twitch, überall, jeder Mensch spielt CSGO und ich habe mich von dem Hype auch anstecken lassen. Ich dachte mir, irgendwie geht in der deutschen Szene nicht so viel. Also ich meine, viele probieren es, viele sind dabei, viele haben Bock, aber irgendwie geht da nicht wirklich was. Also warum nicht einfach mal ein bisschen Reichweite mitnehmen und was Cooles machen? Und genau das soll es sein. Nichts ultra krasses, nichts, weiß ich nicht, Gillette-Wettbewerb-arschiges, sondern einfach nur ein richtig, richtig geiles Tournament. Und wie soll das in meinen Augen aussehen, ja. Die Sache ist folgende. Ich dachte mir, es wäre auf jeden Fall am aller, aller lustigsten, wenn wir wirklich, deswegen habe ich auch beim Initial-Post geschrieben, so viele Hängengebliebene dabei hätten wie möglich. Okay, ich will, natürlich können wir nicht irgendwie das festhalten, dass nur Leute bis zu einer gewissen Stundenanzahl mitmachen dürfen. Deswegen ist meine Kamera jetzt gerade ausgegangen, du Huren. Ich würde sagen, ganz ehrlich, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Also, wir können natürlich nichts präventiv so machen, dass wir die Stundenanzahl irgendwie zusammenhalten. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, werden wir so viele Leute einladen wie möglich, die auf einem gewissen Niveau sind, weil ich fände, es wäre für das Tournament einfach am lustigsten, sowohl als Spieler als auch als Zuschauer, wenn es nicht darum geht, irgendwie ultrakrasse Taktiken zu machen. Wer flasht hier, wer smoked da? Ich will am liebsten, so hat es sich in meinem inneren Auge zusammengesetzt, irgendwie zehn Leute in das zwei auf B haben und fünf Leute schießen mit einer AK gegen die Wand und irgendwie aus Zufall geht mal eine Kugel in den Kopf und genau das Team gewinnt dann. Versteht ihr, was ich meine? Unter den Blinden ist der einäugel König. So soll es laufen. Und genau deswegen mache ich das, weil ich so beschissen bin. Ich will auch mal jemanden töten. Und das Ganze werden wir folgendermaßen machen. Ich habe mir überlegt, wir machen das in zehn Fünferteams. Also insgesamt laden wir 50 Leute ein, die bei dem Tournament mitmachen können. Ich kann da noch keine genauen Zahlen nennen, aber ich kann euch ungefähr sagen, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir werden das aufteilen in drei Gruppen von Leuten, die mitmachen dürfen. Nummer eins sind natürlich größere Streamer. So wie ich es bin, so wie, ich möchte euch gar nicht die ganzen Namen nennen, die sich da gemeldet haben, aber auf jeden Fall Leute, die eine gewisse Reichweite mitbringen, weil das Tournament, wenn es cool ankommt, soll natürlich auch in die zweite, dritte, vierte Runde gehen. Aber natürlich Streamer, die etwas mitbringen. Die Viewer mitbringen, Insta-Follower, Twitch-Sonschein. Junge, ihr kennt das. Damit halt ein paar Leute zugucken und sich vorm Rechner einwixen. Ihr wisst das. Aber diese Sparte soll nur 60% von dem Tournament ausfüllen, denn die anderen 40% sind anders aufgestaffelt. Und zwar habe ich mir überlegt, werde ich 10 Streamer einladen, dessen Größe absolut scheißegal ist. Egal, ob die Leute drei Viewer haben, 5 oder 15 oder von mir aus auch gar keinen und die Oma sitzt in der Küche mit dem Tablet und guckt zu. Prinzipiell einfach nur Leute, die Bock haben mitzumachen, die CSGO spielen wollen, die streamen wollen. So welche Leute würde ich gerne einladen, weil ich es schön finde. Ich weiß nicht, welcher Streamer oder welcher Zuschauer sich dieses Video jetzt anguckt, aber ich hätte mir sowas gerne gewünscht. Wo ich ganz klein war und immer groß geträumt habe, habe ich mir gedacht, warum kann mir nicht mal jemand eine Chance geben? Und ich dachte mir, mindestens 10 Leuten will ich so eine Chance geben. Das heißt, falls du ein kleiner Streamer bist und Bock hast mitzumachen, melde dich auch gerne. Und die anderen 20% sind dann Leute aus meinem Engkreis. Ich möchte ein paar Monst dabei haben. Ich möchte ein paar Real-Life-Freunde dabei haben. Auch alles Pimmel, aber einfach nur Leuten, denen ich mit meiner Reichweite etwas Gutes tun will, die bei dem Tournament dann mitmachen können und vielleicht, man weiß nicht, Rumatra die Birne wegsäbeln können und das dann irgendwo in ihrer achten Klasse in Erdkundeunterricht erzählen können. Wisst ihr, ich meine, sowas würde ich auf jeden Fall gerne dann in der Zusammenstellung haben. Das heißt, wir haben einen großen Teil an großen Streamern, wir haben einen mittleren Teil an kleinen Streamern und einen mittleren Teil an Real-Life-Freunden von mir. Und ich glaube, dass so die Konstellation ziemlich, ziemlich, ziemlich cool sein könnte. Wie gesagt, es soll einfach nur Spaß machen. Und genau hier kommen wir auch zu dem nächsten Punkt, der mir, glaube ich, am allerwichtigsten ist. Junge, es soll keine kommerzielle Scheiße werden. Ich habe keinen Bock auf irgendein Tournament, wo Caster X nur mitmacht, wenn er 5.000 Euro bekommt, Streamer X nur mitmacht, wenn er einen McDonalds-Deal und 13.000 Euro bekommt. Ich möchte, dass Leute daraus mitmachen, weil sie Überzeugung haben für CS, für Spaß und keine Lust haben auf diese Schwanz-Meta, die gerade auf Twitch unterwegs ist, wo die Leute nur noch in eigener Sache was machen. Und das möchte ich irgendwie brechen. Ich möchte dieses Band brechen. Und deswegen, ich möchte an dem Turnier nichts verdienen und ich möchte auch, dass die Leute mitmachen, ohne einen Hintergrund zu haben, etwas zu verdienen. Natürlich, wenn man mit seinem Team oder mit wem auch immer man in die letzte Runde reinkommt, wird man natürlich 3, 4, 5 Mal mehr Viewer haben als sonst, klar. Aber das sollte nicht unbedingt das Ziel sein, sondern einfach die Teilnahme soll Spaß machen. Natürlich werden wir den ein oder anderen Sponsoren dafür mit einbeziehen müssen, aber das liegt eher weniger daran, dass ich meine Taschen füllen will, sondern wir wollen natürlich auch eine coole Aktion für das Gewinnerteam machen und Preise verschenken, vergeben, verlosen. Und das würde sich dann nämlich auch bei dem Gewinn des Tournaments so äußern. Ich habe mir überlegt, natürlich kriegt das dritte und zweite Team auch was, aber prinzipiell ist es so aufgestellt, dass das Gewinnerteam eine gewisse Baseline an Geld bekommt für ihre Community, sei es jetzt irgendwie Hardware von dem und dem oder 200, 300, 400 Euro Steam-Guthaben, ihr wisst was ich meine, so in die Richtung. Und wir wollten halt dem Gewinnerteam, also den fünf Streamern, die dann da zusammengekurbelt wurden, die Möglichkeit geben, einen gewissen Betrag an Charity zu spenden. Ob das jetzt 1.000, 2.000 oder 5.000 Euro sind, das wird sich dann zeigen. Aber halt einfach, dass wir mit dem Tournament auch irgendwie noch ein bisschen, ja, so einen schönen epischen Schwung reinbringen, dass es halt im Endeffekt dann doch für Charity ist und dafür brauchen wir halt eben Sponsoren. Aber das wird nur da reinfließen, das kann ich euch versprechen. Und ich glaube, letztendlich, um dem Ganzen jetzt noch so den Stempel zu geben, dass ihr euch bereit machen könnt, ist jetzt nur noch der Zeitraum. Für wann könnt ihr euch darauf einstellen? Und guck mal, wir sind noch ganz am Anfang. Das war erst eine Idee, dann kam der Hype, dann habe ich mir einen gewichst und jetzt sitze ich hier, okay? Und die Sache ist die, das braucht Zeit. Ja, ich bin wirklich so viel mit Leuten am Sprechen. Ich habe so viele Anfragen bekommen von Streamern und irgendwelchen Leuten. Können wir dir das schenken? Können wir das machen? Ich will damit machen. Das muss erst mal wirklich vernünftig, kompakt zusammengeklatscht werden. Und ich denke, dass wir dafür ordentlich Zeit brauchen. Ich habe jetzt erst mal für mich im Kalender so einen finalen Tag noch nicht fest, aber zumindest einen finalen Monat. Und ich würde sagen, wir können uns darauf einstellen, dass es ungefähr im Oktober kommen wird, ja? Das ist natürlich auch so ein bisschen eigener Sache, weil ich bin dick und haarig, ja? Und ich möchte dieses Tournament als Spieler wahrnehmen und dann so schön wie möglich, ergo möchte ich im Winter schön mit dem T-Shirt vom Rechner sitzen. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen wird das Tournament im Oktober stattfinden. Ich weiß nicht, ob wir das über drei Tage machen, über zwei oder über einen, aber ich denke eher, das wird so ein Samstag-Sonntag-Ding. Dass wir so, wie gesagt, ob wir das jetzt in der K.O.-Runde machen oder irgendwie Qualifikationen arschlägen, das wird man sehen. Aber ich denke, das wird so am Samstag anfangen und das Finale wird dann Sonntag sein. Also ich denke mal so insgesamt an purer Streaming-Zeit, ob ihr da jetzt mitmacht oder nicht, sind so 10, 12, 13, 14 Stunden. Das wird also auf jeden Fall super, super cool. Und alleine, dass du es hier in meinem Video geschafft hast und dir diese komplette Scheiße angehört hast, sag dir einfach nur, dass du wahnsinnig dickes Interesse hast und auch gehypt bist auf das Tournament. Und wie gesagt, knallt alles in die Kommentare, was euch interessiert, was ihr an Vorschläge habt, ob ihr die Idee cool findet, ob ihr das so cool findet, wie ich mir das vorstelle. Ich würde mich darüber auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ansonsten, bleibt einfach aktiv. Ja, Junge, guckt bei Insta rein, da seid die A-Sozialen ja sowieso super aktiv. Und bei Twitter, da werde ich alle Infos und alle Updates zu dem Thema posten. Ich freue mich sehr. Und ansonsten hört ihr das nächste Mal wieder was von mir. Vielen, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Kuss auf die Nuss, mein Lieben. Dankeschön.